Siamo tantissimi! Siamo tantissimi! Siamo tantissimi! Tausende Menschen haben sich am Sonntag in Bologna im Norden Italiens auf Einladung der jungen antifaschistischen Bewegung der Sardinen versammelt. Sie wollen eine wichtige Regionalwahl in der Emilia-Romagna am 26. Januar beeinflussen. Der Parteichef der rechtspopulistischen Lega, Matteo Salvini, bis September 2019 Innenminister im Kabinett von Giuseppe Conte, sieht in der Abwahl der dort seit Menschengedenken regierenden Mitte-Links-Partei Partito Democratico die Chance, die amtierende Regierung Conte in Rom auszuhebeln, an der die Demokraten beteiligt sind. Umfragen sagen, es wird extrem knapp. Was setzen die Sardinen dagegen? Sie wollen die Menschen seit zwei Monaten gegen Salvinis politische Rhetorik sensibilisieren, eng zusammengepresst wie Sardinen in der Dose, diesmal in Bologna mit einem Fest mit Rock und Rap, der fischige Titel Willkommen zurück auf hoher See.